Kapitel 24 Der Wächter des Waldes Es war das Flüstern der alten Bäume, das Ben zu dem Kesche, der Wächter des Waldes, hinzog. Mitten im Herzen eines urtümlichen Waldstücks, weit entfernt von der nächsten menschlichen Siedlung, hieß es, bewache ein uralter Baum einen der originellsten Kesches, die je erschaffen wurden. Der Wald, ein dichter Mantel aus jahrhundertealten Eichen und knorrigen Buchen, war der Stoff, aus dem Märchen gewoben waren. Jeder Schritt, den Ben auf dem naturbelassenen Pfad machte, wurde von einem Orchester aus raschelndem Laub und dem sanften Grollen des Windes begleitet. Ben trug eine Kopie einer alten Sage bei sich, die ihm als Hinweis gegeben wurde. Laut der Überlieferung sollte der Wächter des Waldes, ein mächtiger Baumgeist, einen Schatz bewachen. Der Legende nach wurde dem Baumgeist einst von einem sterbenden Alchemisten der Schatz anvertraut, mit dem Versprechen, dass nur diejenigen, die des Schutzes des Waldes würdig seien, ihn finden würden. Die Sage führte Ben zu verschiedenen natürlichen Wahrzeichen, einem verworrenen Wurzelwerk, das wie eine alte Karte des Waldes aussah, einem Bach, der wie von Geisterhand zu murmelnden Melodien angeschwollen schien, und schließlich zu einem Rhein, in dessen Zentrum ein ehrwürdiger Baum stand so massiv, dass seine Krone den Himmel zu berühren schien. Der Stamm des Baumes war breit und von Moos überzogen, seine Rinde warf Falten wie die Roben eines alten Monarchen. Als Ben den Baum genauer untersuchte, bemerkte er, dass in die Rinde Symbole eingeritzt waren, die im Muster eines alten Spruches angeordnet schienen. Mit seiner Berührung fühlte er die Geschichte und die Energie, die der Baum über Jahrhunderte gesammelt hatte. Ben erkannte, dass die Symbole nicht nur Verzierungen waren, sondern ein Teil eines komplexen Rätsels, das ihm den Weg zum Cash weisen würde. Er folgte den Anweisungen der Sage, indem er die Hinweise der Ritzungen mit natürlichen Begebenheiten des Waldes in Verbindung setzte. Jeder Schritt wurde zu einem Teil der Zeremonie, die ihn dem Geheimnis näher brachte. Die Dämmerung begann sich über den Wald zu legen, und in dem weichen Licht erspähte Ben einen Hohlraum am Fuße des alten Baumes. In ihm lag eine kleine, kunstvoll gearbeitete Kiste aus Holz und Metall, die so aussah, als wäre sie selbst ein gewachsenes Element des Waldes. Darin, sicher gebettet auf einem Bett aus trockenen Blättern, fand Ben ein altes Logbuch, dessen Seiten Geschichten von Wanderern aus längst vergangenen Zeiten erzählten. Während er sich in das Logbuch eintrug, konnte er spüren, wie der Geist des Waldes über ihn wachte, und er verstand, dass der wahre Schatz die Reise war, die er unternommen hatte, und die Verbundenheit mit der Natur, die er dabei gespürt hatte. Der Wächter des Waldes hatte sein Versprechen gehalten, und Ben hinterließ eine geschnitzte Holzfigur, eine Ehrerbietung an den Wächter und an die Waldgäster, bevor er sich leise verabschiedete und zurück in die Welt außerhalb des Waldes trat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020